Schön. Wie gefällt dir so, mich live so nah zu sehen? Was ist da denn passiert? Hast du gesehen? Du hast zu lange angeguckt, Alter. Was ist das? Was machen wir jetzt? Hilfst du mir kurz? Ja, komm mal mit auf Bühne, wir müssen ein bisschen anziehen. Aber nicht, komm. Nee, komm, komm, Bruder. Einmal Applaus, dass er mir hilft. Vielen Dank. Ey, der hat grüne Augen. Boah, geil, ey. Grüne Augen. Boah, ich bin verliebt. Boah, das sind richtig schöne Augen, ey. Boah. Weißt du was, du gehst jetzt weg, du gehst mir auf den Sack. Warte, ich tu dir kurz zur Seite, meine Cousine. Also... ...